da schreibe ich mir jetzt noch nicht das ist ja noch ein bisschen hin bis part nummer 69 rauskommt und deswegen schreibe ich ihm das lieber noch nicht 29 minuten also noch eine halbe stunde ich bin auch lustig und stelle mich hier mit einer straße egal weiter geht's ich glaube ich sollte auch mal was futtern gehen gesagt getan die regierung bezahlt nun auf jedes level die level abkosten richtig wusste ich auch schon heute mittag was haben wir denn so rubbel durch Zitonenbuch Zollpass brauchen wir nicht mehr das ist eigentlich unnütz Kamerabaufschläger, Weißbaufschläger also nichts dabei genau also ich hatte ja schon erzählt dass die regierung halt jetzt jedes Level bezahlt mit so einer irgendwie komischen Rechnung die ich nicht verstehe naja was soll's ist mir auch egal so auf nach Tempel, Tempel zu Sven Albertsen let's go nächster Kunde Tempel ist wie gesagt BSN oder so Blueberry kann oben der Dorf sein in der Nähe von der Drogenfarm es kann allerdings auch oh mein Gott es kann allerdings auch das Anwaltsbüro des LSPD sein Anwaltsbüro des LSPD sein in der Nähe von der Drogenfarm und die anwaltsbüro des LSPD sein in der Nähe von der Drogenfarm und die Ich weiß nicht, aber ich glaube so Okay, mein Englisch ist nicht so schlecht, wie es sich gerade angehört hat. Allerdings habe ich heute auch schon Englisch gehabt. Allerdings habe ich heute auch schon Englisch gehabt in der Schule, deswegen... Deswegen habe ich gerade nicht so viel Lust, Englisch zu sprechen. Taylor Adams ist ein gekochter roter Schnapper. Ich glaube, wir hatten wie Deutsch und Englisch zusammen. Das Deutsch war korrekt, aber nur die Zusammensetzung der Worte, also die Grammatik spricht. So, 71.000 Döllerchen, dann gleich 500 wieder drauf und dann wird etwas abgezogen für Taxikosten. Oh, das war für ihn. Hauen sie rein, direkt den nächsten, zack, 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 geht alles Schlag auf Schlag hier. Schlag auf Schlag auf Schlag. Markus Springer, am liebsten mit Cola. Okay, meine Witze sind heute nicht die besten. Die Musik läuft jetzt gut. Wenn die Gamer mal nichts dagegen hat, die mal nicht zu sperren, könnte man das Video sogar so lassen. Oh. Die Baier-Grupp. Oh, jetzt haben die die Kammern hier hinten stehen, ey. Ja, lauf doch nicht weg. Ich will auch zum Bärenberg. Ist das Skrillex oder so eine Art? Ich hab keine Ahnung. Klingt aber auf jeden Fall so. Oh, jetzt kommen wir wieder. Zerkan, Mastauer. Okay. Okay. Da die 27 schon. Mmmh. Oh. gerne Taxi-Kolz, Taxi-Kolz, Taxi-Kolz Wo ist der denn? Ganz kurz gucken Haaa, bestimmt nicht Auf, auf Weil nach Tierra-Rabada Dahin fahre ich jetzt nicht hin Nein Oh je Okay Aber das ist Taxi-Fahren Mensch, das ist Taxi-Fahren Jetzt muss ich nur noch Heil zum Strand kommen, dass ich nicht hier Ja Ja, Strand Wo sind die hier Strander? Ah Wir haben viele Häuser hier am Strand Ist das das da vorne vielleicht? Ah, ich glaube ja Ja Meine Fresse, so macht Taxi-Fahren doch Spaß 10k extra Dann gleich am PN-Spray, wo ich sowieso hin wollte jetzt Und Genug Geld gemacht Haaa, Blitzerchen Hallöchen Der will echt So 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 Bär Bär Sie So So Einfach was ganz kurz gucken Stats 38 Minuten view